Mein Name ist Davo Horvath. Ich bin einer der Autoren aus dem Buch Wege zum Erfolg. Dieses Buchprojekt ist ein tolles Projekt, weil es viele Unternehmer vereint, die, sag ich mal, egal ob groß oder klein Unternehmen haben und wir wollen damit inspirieren, motivieren andere, die den Weg in die Selbstständigkeit noch nicht gewagt haben und das ist, sag ich mal, der Spirit des Ganzen. Ich selber nutze es auch für mich zu Marketingzwecken, mich zu positionieren, mein Unternehmertum auch zu verkünden und anderen zu helfen, eben den Schritt zu gehen. Ich bin einer Überschule mit einem sloweren介 jeopard vaccine. Musik Musik Musik